Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute an diesem Samstagabend gibt es hoffentlich eine weitere Squad Building Challenge und genau das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, die neuen Squad Building Challenges zur Shapeshifters Promo. Heute schon um 17 Uhr ist ein Pack Opening online gekommen, da haben wir 20 Packs zur Shapeshifter Promo geöffnet, falls ihr es verpasst habt, checkt es gerne oben rechts ab, ist ein richtig, richtig geiles Video geworden, geile Walkouts, geile Special Karten und so weiter und so fort, also schaut da gerne vorbei, bevor wir mal rein starten in das heutige Video, könnt ihr das Video schon mal supporten mit einem Daumen nach oben, 300 Likes, das gebe ich heute wieder als Ziel raus. Ihr wisst schon, worum es geht, ich noch nicht, ich hoffe ihr habt trotzdem Bock auf das Ganze, falls ihr keinen generellen Squad Building Challenges mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren und so verpasst auch keine weiteren Squad Building Challenges. Also, ich würde sagen, wir starten rein, was gibt es für neue Squad Building Challenges, das schauen wir uns heute als erstes direkt mal an, oh, neun Spieler, drei Tage verbleiben, Lucas Olassa, noch nie von ihm gehört, glaube ich, das gucken wir uns natürlich gleich auch noch alles über Footbin an, zwei Segmente schon mal zu abschließen und drei Tage verbleibend, also genau so lange verbleibend, wie der Mekitarian, der gestern rausgekommen ist. Gibt es von dem auch wieder eine Leihkarte, oh, was ist das denn hier, Shapeshifter Leihspieler, oh, lol, sonst von der Squad Building nicht schon rausgekommen, ah, hier ist die Leih am Start, okay, wir packen uns das alles mal zu den Favoriten, gucken uns natürlich gleich über Footbin und so weiter an, was noch alles rausgekommen ist. Ja, und heute wahrscheinlich dann wieder mit dem Format, so wie es aussieht, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Das ist die große Frage von Lucas Olassa. Ich frage euch, ob sich die Squad Building Challenge lohnt, oben rechts könnt ihr eine Abstimmung finden und da kreutzt ihr entweder an, ja, die SPC lohnt sich oder nein, die SPC lohnt sich nicht. Ich werde meine Meinung euch jetzt hier in diesem Video mitteilen und dann lasst uns gemeinsam in den Kommentarbereichen natürlich diskutieren, ich werde jeden Kommentar lesen, lasst uns in der Community gemeinsam drüber rum einfach diskutieren, ob ihr Bock auf die Karte habt, ja oder nein. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Also, drei Tage verbleibend, mich würde jetzt erstmal interessieren, was bringt eigentlich die Leihkarte wieder mit sich? Ist das wieder so ein High-Rated Squad oder ist das alles machbar? Wieder ein 73er-Graded-Squad, ein Uruguay-Spieler, ein seltener, 60-Teamschmier, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie viele Spiele waren es nochmal auf der Leihkarte? Drei Stück auch nur. Also das so wie bei Footmas, ob man es unbedingt machen muss, ich weiß es jetzt nicht unbedingt. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Lucas Olassa selbst, aber jetzt, um uns mal anzuschauen, damit fangen wir an, bringt folgendes Mittel mit, oh mein Gott, das ist nice, als ZDM, als Sechser-Hoch-Hoch-Arbeitsraten, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Drei Sterne, drei Sterne hat er aber nur, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Sechs einen Pogba, vier Sterne, fünf Sterne bringt er ja mit, oder beziehungsweise fünf Sterne, vier Sterne, je nachdem, wie rum man es lesen will. Und ich muss sagen, das feiere ich schon sehr. Drei Sterne, drei Sterne, aber reichen an sich eigentlich sehr, sehr aus. Und wir haben einen weiteren Uruguay-Spieler, äh, und ich muss sagen, da gibt es ja diese eine Ligen-SBC-Karte. Hier gehen wir mal kurz drauf, und ich habe gestern schon darüber gesprochen, im ersten Video, um, äh, der, 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 von den Shapeshiftern, ähm, da habe ich eben darüber gesprochen, äh, dass so viele Uruguay-Spieler jetzt am Start sind. Akkuerei ist ein Rechtsverteidiger, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, auf wen der alles linkt, aber wir machen jetzt mal weiter mit der Karte selbst. Also, meiner Meinung nach, mit drei Sterne, drei Sterne kann man arbeiten. Links ist ein starker Fuß, was ist eure Meinung dazu? Werden die drei Sterne, drei Sterne euch nerven? Ich weiß auch noch nicht, was die Squad-Building-Challenge kostet. Und wir sehen auf jeden Fall aber schon mal, 90er-Antritt bringt er mit, 85er-Sprint-Geschwindigkeit, Tempo ist also da, wenn euch das dann so wichtig ist bei den Sechsern. Und ich kenne da auch einige von meinen Kumpels und so weiter, also denen ist das auf jeden Fall wichtig. Ähm, und mir persönlich gefällt das auch sehr. Ähm, Schuss haben wir dann am Start, 84er-Gestellungsspiel. Ähm, gut, was fällt auf? Fährtschlüsse bei 85. Es sind solide Schuss-Stats für einen Sechser komplett ausreichend, ja. Passspiel, da fällt auf, dass wir einen kurzen Pass haben bei 85, Freistoß-Prisse nur bei 93, das heißt, er kann echt Freistöße schießen. Flanken bei 88, ähm, vielleicht auch seine Standards bei Flanken, ähm, benutzen, wer weiß. Übersicht aber jetzt nicht so hoch, das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Und auch der lange Pass, leider nur bei 74. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Dribbling ist dann am Start mit 82er Wirklichkeit, 90er Bernaus, der ist 1,75, also relativ klein. Ballkontrolle bei 89, aber an sich sehr ausgeglichene Dribbling-Stats. Defensive dann am Start, kann man auch noch ordentlich boosten. Welchen Campstyle, gucken wir uns gleich an. Ich würde jetzt erstmal auf Anhieb sagen, vielleicht ein Encore draufpacken. Ausdauer bei 90 gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und die anderen drei Stats könnte man auf jeden Fall auch noch boosten. Ja, er kommt außerdem aus der La Liga. La Liga, wenn ihr La Liga-Squad habt, da gibt es auch mögliche Möglichkeiten genug. Den zu linken. Ich bin mal gespannt, was das für ein fettes Upgrade ist. Vor allem, was das eine Base-Karte ist, weil das ist ja jetzt eine 6er-Karte. Ist das ein Innenverteidiger vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall sehr interessante Position-Change-Karte, wie ich finde. Und dann haben wir noch diese Laich-Spieler-Karte, beziehungsweise das Quad-Building-Challenge, zwei Tage vorbleibend. Fünf Spiele Laie. Was ist das? Warum? Spieler-Pick, davon werden wir jetzt einfach mal eins machen. Falls ihr hierzu nochmal ein separates... Ich weiß gar nicht, was wir abgeben müssen. 73er-Graden-Squad, aber acht Goldspieler. Team-Chemie-Bilding sind 60 und ein paar Spiele im Team sind elf. Hä? Was ist denn da los? Okay. Okay. Also ich würde sagen, Untradables vielleicht abgeben. Und dann halt der Rest einfach Bronze. Und gucken, dass man auf die Team-Chemie kommt. Aber das ist schon sehr, sehr irritierend. Also jetzt haben wir die acht Gold-Karten. Die Frage ist, ob wir auf die Chemie überhaupt hier kommen könnten. Wir stellen das Ganze mal kurz auf, wie es vielleicht am besten wäre. Ähm, ja, das sieht schon mal gut aus. 29 Team-Chemie. Und dann innen hier hoch. 60 Team-Chemie könnte ein bisschen tricky werden. Äh, gucken wir uns das einfach mal an. Vielleicht hier mit Holländern jetzt gehen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Niederlande. Was haben wir denn da am Start? Natürlich jetzt nicht mehr an Tradable-Spieler. Oder Chinesen. Da sage ich auch nicht nein. Da sollten wir ein paar Bronze-Spieler haben. So, genau. Stellen wir die einfach mal rein. Und dann hoffen wir, dass das chemiemäßig einfach reicht. Und auch vom Rating her. Aber ich denke, das würde und geht auch so gut auf. Ja, perfekt. Das geht so auf. Ihr könnt das Ganze jetzt nicht eins zu eins nachbauen. Aber ich denke, hier brauche ich euch keine eins zu eins Lösung präsentieren. Ähm, gebt einfach acht Gold-Spieler ab. Äh, drei davon einfach dann Bronze-Spieler. Und dann habt ihr das Ganze auf jeden Fall ready. Leih-Spieler. Da fällt mir eigentlich direkt nur eins ein. Zwei Spieler verbleiben. Falls ihr jetzt aber dazu ein separates Video sehen wollt. Ich werde vielleicht auch oben rechts nochmal eine einzelne Abstimmung da reinballern. Oben rechts. Lasst mich das gerne wissen. Dann werde ich auf jeden Fall die Tage, äh, zu Team 1 und vielleicht auch dann zu Team Nummer 2 20 mal diese Leih-Spieler-Spielerwahl öffnen. Weil es, ja, ich weiß nicht. Wollt ihr das sehen? Das ist ja so ein Player-Pick-SPC sozusagen. Es ist halt nur eine Leih-Karte. Vielleicht unnötig. Aber ich denke, für ein Video könnte es ganz witzig werden. Und, ähm, ja, vielleicht ziehen wir ja sogar ein Messi. Auch heute vielleicht schon. Also insofern, ich würde es gar nicht mal so schlimm finden. Für ein Video könnte es vielleicht geil werden. Also, Leih-Food-Shapeshifter-SW3. Spielerwahl 3 oder was? Ich habe keine Ahnung. Uh, Lukas Moura. Der ist ja auch nice. 4 Sterne, 4 Sterne. Mertens ist auch sehr, sehr nice. Atal haben wir, glaube ich, gestern gewählt. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Dann nehmen wir einfach mal Lukas Moura mit. Was haltet ihr von der Squad-Building-Challenge? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und mich würde es auf jeden Fall extrem interessieren, ob ihr davon 20 mal diese Spieler-SPC sehen wollt. Dann werde ich das die Tage auf jeden Fall vorbereiten. Zurück zu Lukas Olaza. Wie gesagt, zwei Segmente zum Abschließen. Drei Tage verbleibend. Bevor wir bei Footbillen rüberspringen, gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal hier an. Also, 85er Greatest Squad mit dem Team of the Week. Und dann haben wir auch noch einen 84er Greatest mit einem Team of the Week. 80 Team Schmied und 75 Team Schmied. Was sagen die Packs? Prime Electrum Spieler Pack und ein Prime Gold Spiel ist ja den Klein. Klar, man kann Packlack haben. Die Packs sind jetzt nicht so die geilsten, würde ich jetzt auf dem ersten Anhieb sagen. Aber es ist auch machbar, ein 84er und 85er Greatest Squad. Vielleicht der ein oder andere Team of the Week vielleicht zu viel, würde ich vielleicht jetzt mal auf den ersten Eindruck sagen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal über Footbillen an. Ich denke, da können wir uns einen besseren Eindruck von dieser Karte selbst auch nochmal machen. Also, wir springen rüber, aktualisieren das Ganze bei Footbillen auch nochmal. Und da haben wir das Ganze jetzt hier tatsächlich am Start. Also, 4.000 Münzen kostet diese Lone Player SBC bei den Shapeshiftern. Das zeige ich euch am Ende des Videos nochmal für wir, für was diese Leihspieler vielleicht eine Relevanz noch haben könnten. Zu Olaza haben wir schon einen Preis. Sind das die 140.000 Münzen? Es wäre interessant. 85% sagen hier Daumen runter von 27 Votes und 15% sagen Daumen hoch. Also, sie scheinen auf jeden Fall schon mal nicht so gut anzukommen. 40.000 Münzen und 90.000 Münzen. 40 finde ich hier jetzt ein bisschen zu wenig, aber 130.000 Münzen. Wenn wir das mal sehen. Ähm, tja, ich weiß nicht. Einer der Kommentare hier, finally a link to Messi und Aguirre Guy, oder wie er ausgesprochen wird. Und da kommen wir natürlich gleich auch zu den linkbaren Möglichkeiten. Ja, er ist La Liga natürlich zu Messi linkbar, da er ja auch einen Shapeshifter hat. Oh, er hat schon in Form. Es ist ein Linksverteidiger. Okay, das ist interessant, wie ich finde. Also, es ist ein Linksverteidiger und hier, der ist auch, der Inform ist ein Linksverteidiger. Sehr interessant. Im Vergleich zum Linksverteidiger ist das nochmal ein Plus 3 aufs Tempo, ein Plus 2 auf Schuss, ein Plus 5 auf Passen, ein Plus 7 auf Dribbling, ein Plus 6 auf Def und ein Plus 7 auf die Physis. Ja, ich denke, da müssen wir nicht lange drüber reden. Da ein Encore drauf, 92er Def, 92er Tempo und dann hier die Physis. 88, sieht auch sehr, sehr schmackhaft aus. Ihr könnt ihn natürlich als Außenverteidiger spielen, aber ich denke mal so an sich positiv. Also, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gut, er gibt aber nur einen 87er ZDM. Das wundert mich auf jeden Fall. Ist vielleicht eher ein Innenverteidiger. Ja, dafür ist er vielleicht ein bisschen zu klein für die mit den 1,75. Vielleicht ein Shadow drauf? Vielleicht ein Backbone? Physis, Def, 89er ZDM bringt er dann? Also, was ist eure Meinung? Sentinel, 88er ZDM. Mal gucken, was hier Footman sagt. Encore, Sentinel, Powerhouse. Gucken wir uns vielleicht nochmal Powerhouse kurz an. Oh, 90er ZDM. Ja, das gefällt mir auch. Mit dem Passen hier, sehr, sehr heftig geboostet. Und dann nochmal die Def. Also, das sieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Zu den Linkbahnmöglichkeiten. Uruguay. Bin ich, wie gesagt, gestern ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Interessant finde ich aber natürlich dann auch die Linkbahnmöglichkeiten zu vielleicht sogar Celta Vigo. Celta Vigo denke ich natürlich direkt an Aspas. Aspas selber will man jetzt nicht spielen. Bis auf diese Karte hier mit dem 86 Tempo. Der andere hat einfach zu wenig Tempo. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Sonst, zu La Liga Links muss ich euch nicht großartig viel sagen. Ich finde aber interessant, diese Uruguay Links. Wir haben Valverde ebenfalls aus der La Liga. Kann man ihn grün zu linken. Habt ihr vielleicht? Untradable, tradable, was auch immer. Torera ist am Start. Die UCL, die UCL, das ist schon eine UL Live-Karte. Und wir haben hier genau, das war mir hier der gestrige Spieler von Uruguay. Der Nandes, der gestern rausgekommen war. Coates ist jetzt noch als Europa League. Aber gut, der hat 69 Tempo. Vielleicht ist er nicht so spielbar. Wir haben Laxalt mit 90 Tempo. Ebenfalls Uruguay-Spieler. Also Uruguay bringt jetzt hier mit Agürey, Olaza, Nandes. Generell sehr, sehr viele linkbare Möglichkeiten, wie ich finde. Und das ist einfach nur witzig und interessant. Suarez natürlich. Ihr wisst Bescheid. Barca Link und der Uruguay. Also das direkt der grüne Link am Start. Nicht der Perfect Link, sondern der Strong Link. Und ja, alles andere La Liga-mäßig. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Also das zu Lucas Olaza. Ist sonst noch irgendwas Neues rausgekommen? Das können wir uns kurz mal angucken. Ich gehe mal nicht davon aus. Also beliebt ist jetzt dieser Olaza. Neue Spieler. Ist nur Olaza. Hier sehen wir nochmal die neuen Man-of-the-Match-Karten. Haaland, Gulashi und so weiter und so fort. Europa League und Champions League. Ja, und damit soll es es, denke ich, mal gewesen sein. Wir springen nochmal kurz rüber. Meine Meinung ist, wenn ihr einen Sechser braucht. Wenn ihr einen Sechser braucht unbedingt. Wenn ihr Bock habt auf diesen Uruguay-Link. Und das finde ich auf jeden Fall witzig, dass das möglich ist. Zu gehen. Dann würde ich definitiv hier diesen Spieler euch holen. Denn La Liga ist eine Top-Liga. Und Uruguay. Weil jetzt natürlich, wenn ihr eine Agri-Reihe habt. Wenn ihr irgendwie mit Suarez gerne spielt. Und da eine Möglichkeit sucht, den Grund zu linken. Gibt es auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit. Wenn euch die 130.000 Münzen nicht zu viel sind. Aber ich würde auf meinem Haupt-Decount auf meiner Road to Glory ihn jetzt persönlich nicht machen. Nochmal kurz zu der Frage, was ist mit den Leihkarten? Und warum gibt es auch diese eine Squad-Building-Challenge? Ich kann mir vorstellen. Und da haben wir zwei Sachen verkauft. Ich kann mir nur eine Sache vorstellen. Und das gucken wir uns jetzt am Ende dieses Videos nochmal an. Und zwar, es gibt ja folgende Aufgabe hier. Bei den Wochenaufgaben. Das ist hier einmal. Hier bekommt ihr schon eine Leihkarte. Sieben Leihpartien. Und dann haben wir ja Acuna hier. Und da ist folgendes. Wo ist die Aufgabe? Ne, hier war es. Genau. Shapeshifter-Leihspielerwahl. Spiele zwei Partien mit einem Foot-Shapeshifter-Spieler in der Startelf. Ja, ich weiß. Wir haben gestern ja eine Leihkarte bekommen. Aber trotzdem. Vielleicht, wenn es davon mehr Aufgaben gehen sollte, dann macht diese Leih-Spieler-Pick-SBC Sinn. Ich werde heute kein weiteres Video mehr online stellen. Heute ist ja schon ein Video um 17 Uhr online gegangen. Wie gesagt, falls ihr zu dieser Spielerwahl-Upgrade-SBC morgen ein Video sehen wollt. Es gibt auch noch 20 Mal die Gold-Upgrade-SBC. Dazu will ich auch ein separates Video machen. Ja, lasst mich das gerne in der Abstimmung wissen. Lasst mich wissen, was ihr von Olazer haltet. Und damit soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr zerstört, dann zerstört den Like-Button. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei maximal zwei Videos. Mindestens einem. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.